Und damit meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu Werewolf, der Apokalypse, Earthblood. So, jetzt geht's weiter. Hier durch den Schacht. Und gucken mal, ob es hier was für uns zu saugen gibt. Ja, auf jeden Fall. Das klingt immer so falsch, ist aber so. Wieder ein Level-Up. Warte, nur eins. Kann man sie überhaupt Level-Up nennen? Oh, hier kein richtiges Level-System. Doch. Wait, I know you. Ich bin Richard Watkins, Endrens' CEO. Ich habe eine lange Zeit gehalten. Dann, du wusste... Natürlich. Deine kleinen Angriff, deine kleinen Pläne. Wir wussten alles. Ich habe versucht, dich zu identifizieren. Du kannst nicht all die wunderbare Dinge, die wir mit dir erreichen können. Verlust ein paar Seiten war ein kleiner Preis. Ich habe eine große Hoffnung für dich, mein Lieber. Herr Watkins, wir sind in zwei Stunden. Was hast du mit mir getan? Das Helikopter. Find out, wo es geht. Ich habe ein paar Fragen zu verabschiedern. Sie sprechen über eine Pakete, die sie in der Berude zu geben. In Nevada. Sie haben auch über ein paar ... ...kutzen. Sie wollen etwas mit ihr. Find out all you can about this prison. Und wir haben alles vorbereitet. Wir haben alles vorbereitet. Werte. Wir haben auch etwas über die Verlust. Wir haben alles über diese Verlust. Als ich zurück bin, wir gehen für Nevada. Aber was mit Rotko? Wir werden ihn einfach nicht verlassen? Es gibt nichts, wir können ihn jetzt machen, Eva. Entschuldigung. Aber 80 ist unsere Priorität. Rotko hätte gesagt das gleiche. Ich weiß. Der Backup-Generator. Rotko's scent ist noch frisch hier. Das sie hier nix hingepackt haben. Das sie hier nix hingepackt haben. Auch interessant. Ava? Was werden sie mit ihr tun? Wir müssen sie zurück, bevor sie nichts tun haben. Geh nicht deine Kopf, Eva. Without you, wir sind blind. Nein. Das ist auch jetzt mal nicht. Da gibt's noch was zu saugen. Mh-hmm. Hier gibt's nix anscheinend. Doch, hier. Hallo? Ist das nur eine Verarschungsblume oder was? Das ist wieder ein Lift. Wahrscheinlich sind wir von hier gekommen. Keine Ahnung. Nochmal eine Runde machen wir nicht. Nochmal eine Runde machen wir nicht. Und wenn man das hier gemacht hat. Und wenn man das hier gemacht hat. Die ganze Anlage. Aber hätte ich gewusst, dass das jetzt schon fertig ist, hätte ich noch weiter gemacht. Im letzten Part. Aber gut. Kann man ja nicht riechen. Ja. Also das Laden geht schon verdammt lange. Dafür, dass das Spiel nicht wirklich, ähm. viel Gigabyte groß ist. Und wenn ich an Spider-Man denke. Hat's einfach viel die kürzeren Ladezeiten. Also Spider-Man. Da kann ich durch die Welt gondeln, wie ich möchte. Ich wär schon lange wieder am anderen Ende. In Spider-Man. Hier aber gar nicht. Ach ja. Aber da gibt es noch nicht mehr. Ich will, dass das Handy erinnert. Ich bekomme alle die Stops. Das Daumen ist auch immer noch nicht. Kahal, Endrens set up diese neue, wierde Pumps. Ich weiß nicht was sie in die Erde zu erzeugen, aber Ysand ist zufällig. Ich werde das Widerstand, Eva. Geh deine Crew zusammen und gehöre für Nevada. Find Eide. Das ist der Plan. Kontakt mich auf meinem Terminal, als nächstes Du bist. Kahal. The forces of the Worm have returned. They spread unfettered across this land. Humans. This is their work. Use your penumbra vision and find them. Stop them. I am... Also, das hat ich jetzt schon noch ganz gerne gehört. Und die wissen jetzt schon, wo ich bin. Was seid ihr denn für eine Kalingo? Er hat entschieden mehr Außer... Nee, nicht mehr. Er hat einen Normalo, oder? Anscheinend doch nicht. Er hat sich gar nicht so gesehen, aber gut. Immer in der Händerechnung. So. Na dann. Ja, jetzt musst du nichts mehr rausschreißen, aber ist okay. Machst du halt. Gut. Hallo. Ach, jetzt sind wir hier rausgekommen. Oder was? Nein, wir sind ja wieder normal hier raus. Ja. Ja, jetzt sollten sie uns einfach noch die Gegnergruppen, die neuen, mal demonstrieren. Gucken wir mal das mal an. Das direkt. What the fuck? Nein. Was ist das? Was ist das? Bin ich vergiftet oder so? Hallo? Hallo? Wo ist der? Hallo? Was darf ich gerade sagen? und herr r nächstes st sind die aber einfach mal hässlich Aber die Open World, kann man sagen, wird immer größer. Zuerst immer so linear und umso mehr man in der Story voranschreitet, kann man sich weiter bewegen. Okay. Ja, ich muss sowieso rein. Was zum Fake, was hast du da gemacht, mit deinem Scheiß-Arm, ey? Ey, Moment. So. Voila. Das Geile wäre noch, wenn man die Tattoos sehen würde. Aber so würde er natürlich in Werbung viel zu krass verraten. Aber wäre stylisch. So, das heißt, nächstes Upgraden. Das ist die Frage, was machen wir. Wir haben noch nie, glaube ich, regelrecht gestampft, ja. So. Ja, komm, gönnen wir uns. Dann sind wir wenigstens unentdeckter, wenn wir mal unentdeckt sein wollen. So. Die letzte Haltestelle. Irgendwie muss ich da oben hinkommen. Da. Hier durch geht's auch noch irgendwo lang, oder was? Oder führt das einfach... Keine Ahnung. Ich teste jetzt auch nicht aus. Oh, da ist wieder so ein Tier. So ein Reh. Oder ein Herrsch, whatever. So. Oh. Es ist ein Konflashkopf. Das ist ein Konflashkopf. Na, na, na. Nein, nein. So, das war's. Der war's der einfachste, weil der hatte vorauszusehende Moves. Easy. Okay, der 2-Khan zurück. Da oben haben wir noch einen vergessen. E-Fenn bleibt, aber seine Kraft wird nur noch so lange halten. Hörst du ihn. Mit diesem habe ich dir frei gemacht. Rückwärts zu E-Fenn. Ich danke dir, Fianna Warrior. So, das was ich nicht verpasst habe, habe ich natürlich genommen. Haha, wir können es nicht anders sein. Da ist schon wieder einer. Und jetzt schon wieder alles absuchen. Ah, komm. Und sie sind wundern für dich. Well, jetzt. Was haben wir hier? Der mongrel, der hat mich verletzt. Truth! Show ihm was du kannst! Begone. Das ist kein Ort für Bloodshed. Das ist kein Ort für dich. Was? Stay calm! Das ist nichts verändert. Collect seine Kopfschedung! Okay. Direkt mal auf die Fresse. Okay. Direkt mal auf die Fresse. Okay. Okay. Okay So, vorbei, gelingen, hab schon gelucht. So, vorbei, gelingen, hab schon gelingen, hab schon gelingen, hab schon gelingen. So, vorbei, gelingen, hab schon gelingen. So, vorbei, gelingen. So, vorbei, gelingen, hab schon gelingen. So, vorbei, gelingen, hab schon gelingen. Du hast dieses Territory von den Klotchen des Worms entfernt, und die Spirits zurückkehren in der Forst. Deine Kampf für den Kärn ist vorbei, jedoch, in spite von deinen Verkaufeln, dein Spirits ist verabschied. Als ich mit Tank Girl kämpfst, wo genau wir uns senden? Deep inside the Umbra, the spirit world. You can discern about the Umbra's surface. I took you into its depths. It was the only way you could fight the servants of the Worm without bringing harm to Gaia's domain. Those Endrin security members transformed into strange creatures. How did that happen? The Worm has corrupted their bodies to mirror the twistedness of their souls. They are possessed by Banes, spirits of the Worm. They become Fomori, the deformed creatures that you fought. You can use your penumbra vision to detect this corruption and anticipate their change. We have lost our leader, and our pack is scattered. Even heavier on my heart, Endrin has taken my daughter. I felt the Silver Fang submit to his rage. Though you may carry the burden for the rest of your life, you did what had to be done. Leave without fear, Cahal, and find your daughter. I will call the Garu back to this cairn, and continue my endless vigil. We shall meet again. Ava must have found Eidi. She must have. Ava must have found Eidi and take most of her. Ich weiß nicht, dass ihr Aideon gefunden habt. Sie haben sie zu einem ihrer Besuch in Nevada gebracht. Viridian State Prison. Das ist wo sie... Ich weiß, kein Zeitpunkt zu verlieren. Wie komme ich in? Keine Angst, ich habe bereits ein Plan. Declan hat einen Helikopter enthalten. Mit ihr mit ihm und ich gebe euch das Rundown in route. Copyright Untertitelung. BR 2018 Copyright Untertitelung. BR 2018 Copyright Untertitelung. BR 2018 Kahal. Viridian State Prison is in Nevada. Sie haben ein Lab neben der Prison. Das ist woher sie Adena halten. Die Nevadaen Autoritäts haben seit Jahren geholfen. Die Badlands Butcher. Das ist deine neue Identität. Ich habe deine Beschreibung in ihre Datenbase. Sie werden sich verabschieden. Sie werden dich direkt in Viridian State verabschieden. Kahal. So, ihr habt endlich geholfen. Wir warten für euch für ein paar Tage. Ich denke, Ava hat dich in hier. Dann musst du wissen, was ich suchen. Ja. Ich habe eine Info auf dieses Prisons lab seitdem ich hier bin. Das ist woher sie trainen die Träume, die sie als Reinforcements senden, in Tarker's Mill. Sie offeren allen letzten Konvicten ein Verabschied. Sie haben ihre Programme, und sie arbeiten mit ihnen, und sie verabschieden. Einige von den Prisons könnten die Info haben. Die mit Influenz. Die zwei die größte Influenzialen hier sind Lon Shibeta und Seth... Seth. Shibeta ist die Mafia. Und er ist immer noch in seinem Geschäft, von der Mitte. Ich denke, dass er gut mit dem Warden passt. Und was ich höre, sind immer die Verabschieden. Der andere, Seth, er kontrolliert die Verabschieden hier. Vielleicht ist es wert, wenn du ein Verabschiedst. Du findest ihn in der Gym. Und er wird niemals entfernt. Er wird immer wieder von einem Verabschieden. Some of die Prisonerinnen, die sich für mich bei ihm an tun, und die andere, die du findest. Der Mann ist hier in der Lage, eigentlich. Der Mann ist Hadley. Der Mann hat den Sticky-Eyes als du in die Geheggest. Er kam in. Und der Ex-Kon promourelt nach dem Warden. Prennen nicht denverschwärten. Er ist nicht die falsch, er ist ein verabschieden Mann. Er ist ein Endrend, man. Und alles für mich als violent als seine Guärter. Oh, und zu sprechen. Most der Guärter hier sind die Soldaten Soldiers in Training and they're not big on warning shots got it You have a plan for getting out of here. I can't protect you while I'm looking for a Donna Don't worry about me. I've just got it all figured out good. Now lead me to this Shibeta. I'll start with him I'm not looking for problems here butcher one toe out of line and you're dead Oh That's your guy at the top of those stairs after I'll be in my cell Your lunch you better in the flesh and you're the notorious Badlands Butcher welcome to ready and state my friend To what do I owe the honor of your visit? I Know that the warden offer certain prisoners a deal prisoners like you so You're looking to take advantage of the offer yourself Fuck no, I Just want to see where endron takes the prisoners who do The lab you bear well informed my friend Well informed enough to know that nothing in this life is free I give you what you want in exchange for a small favor What can I do for you you see two of my men think that the time has come for me to retire A man can't advance in this world without possessing certain values Ambition is one of course So are prudence and loyalty I take it these two men were neither prudent nor loyal You catch on quick I like that the names of Neil Jordan and Eric Ross What can you tell me about Neil Jordan? Neil is a job in the workshop during the day Do be careful when you take care of him though He wants that place like Hawks That said all sorts of accidents can happen in a workshop All sorts Where can I find Eric Ross? Eric's in quarantine Most of the prisoners that get the endron treatment usually spend a few days there afterwards I hate to tell you but unless you can find a way in You'll have to wait till it comes out I don't have time to wait Guess I'll have to get creative I'll take care of your men But once it's done I expect you to hold up your end of the bargain Hey, Lan Chibeta is a man of his word Well, I don't have to wait till it comes out Yeah, and where do we have to go now? On a few places What do I do as a mission? Ich will jetzt eigentlich nicht mit ihm reden. Du bist sicher, dass die Maschine wieder nicht aufhörst? Ich habe alles aufhörst, Neil. Du bist gut zu gehen. Ich habe sogar die Hauptkraftwerke und werde dich auf einen Backup-Generator, um sicher sicher zu sein. Sie werden nicht wieder aufhörst, bis nachdem du es fertig bist. Schön? Jetzt schluss auf und komm zu arbeiten. Nein, Jordan. Es wird nicht leicht, dass sie ihn rausnehmen. Da muss ich nochmal den letzten Speicherpoint laden. Ohne Scheiß. Geht dir mal gar nicht klar. Wie geht das? Ich wollte dahinter landen und nicht direkt auf diese Absperrung. Einmal Stealth wäre doch zu viel verlangt, oder? Ja. Darf ich mal weiterspiel? Dankeschön. Oh Gott, bin ich dumm. Ähm. Muss ich dazu noch was sagen, ey. Oh meine Fresse, ey. Ähm. Aber komisch, sobald sie Werwölfe sehen oder so, oder überhaupt einen Wolf, werden sie zu Monstern. Kann man da nicht als Ablenkung sonst irgendwie so einen Wolf reinballern? Und dann sind sie unten beschäftigt mit einem normalen Wölfchen und wir machen oben unsere Scheiße. Das wäre doch noch was. Ach ja. Na komm. Wollen weitermachen, ne? Ich dachte ich bin wieder in meiner Ecke, aber nein. Ich war nicht mehr in meiner Ecke. Ja, halt die Backen. Ich habe nicht mal einen Speicherpoint. Auch interessant. Ich hab's nicht mehr. Jetzt, lass uns zu arbeiten. Neal Jordan, es wird nicht leicht sein, um ihn zu entfernen, ohne ihn zu sehen. Du kannst mich nicht mehr sehen. Das geht noch gerade. Du kannst mich nicht mehr sehen. Du kannst dich nicht mehr sehen. Stay alert. We've got a killer in our midst. Let's find the son of a bitch. Stay vigilant. Repet's ready. All units. Oh man. So must he just come, ne? Ein einziges Verficknis war. It's always a wonder, dass die anderen drumherum nichts mehr bekommen. Wenn ich hier so eine Demolation-Fallschalter. Na, so. Ja, wenn noch mehr. Mit der Verwandlung bringt das nicht weiter, ja. 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 Scheiße, ja. 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 Ah ja. Wunderbar. Also lautlos war das nicht, aber... Haben wir den wenigstens gekillt? Gibt es sicher noch eine Trophy, wenn man alles lautlos macht. Viel Spaß beim Neuladen, bei dieser Lade ist... ...Seitenkacke da. Ah. So. Ähm. Jetzt halt ich noch auf die andere Seite. Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Ähm. Nein. Hat er doch? Ich hoffe, es ist um den Zorn zu steigern. Rede mit Seth. Ja. Ja. Aber noch nicht. Er ist nicht das Kind der Mann, der sich nichts für freiwillig macht. Er will mir, um zwei von seinen Mann zu beschäftigen. Wer bekommt den Kupf? Wahrscheinlich Eric Ross ist in der Quarantäne. Ich brauche ihn zu holen. Ross? Huh. Ich höre, dass er wirklich schlecht reagiert hat an den Behandlung. Kein Gehörter. Und dieser Mann? Er wird alles, was du ihm geben. Aber noch nicht. Sie haben nicht genau den Behandlung in der Handlung. Schau mal die Schmerzen. Einmal was in da ist, sollte man den Behandlung machen. Das muss ich alles brauchen. Dankeschön, Dusk. Wenn du mich wiederholst, wirst du woher findest du mich. Zum Glück wurde das nicht gesehen, wie ich mich verwandelt habe. Aha. Gut, sind sie nur auf schnelle Welle? Ich schaue, ich schaue. Ich bin in der Infirmary. Ich werde das nicht finden. Alles. Du musst eine Pille oder eine Injektion oder... etwas. Helfe mich, bitte. Ich muss in der Infirmary kommen. Da werde ich meinen Zwiebel finden. Wo ist das? Ich schaue. Was brauche ich genau? In die Krankenstation. Okay. Und wo soll die Krankenstation sein? Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich mit Nash reden soll. Oder Nash oder wie auch immer der heißt. Jetzt werde ich mit dem Programm in eine Woche fertig sein. Dann bin ich hier raus. Geh raus und rein. Wenn du mir zwei Monate vorhin gesagt hast, das ist das beste was, das immer passiert. Da. Und wo hast du das gehört? Der Bossmann selbst, Lan Shibeta. Du bist mit diesem schrecklichen Mann. Ich wusste, dass ich nicht dein roter Gesicht gefühlt war. Warte jetzt, ich bin nicht dein Gegenwart. Nicht noch. Wir reden, oder ich bin weg. Mehr neue Blut. Ich denke, dass sie heiß sind. Okay. Was hast du? Uppers. Ich kann das tun. Und wie willst du Geld? Das stimmt. Was musst du? Du hast nur durch die Garten, und du denkst, dass du... Du kannst mir etwas, was ich nicht haben. Ich bin der Badlands Butcher. Name es. Ah, also du bist der Butcher? Ich habe... Ich habe gehört von dir. Aber ich habe auch gehört, dass du in deinem Staat sterben. Wo war das wieder? Colorado. Nö. Nö. Rado. Die Butcher sind stolzer Südakotien. Wenn du... Machen wir das nochmal. Ja, wie willst du denn wissen? Ich habe doch nicht genau hingeguckt. Hingeh... Hingehört. Whatever. Also machen wir das ganze nochmal. Mal gucken, wie das so ausgeht. Hallo? Dankeschön. Da sind wir jetzt nochmal vor ihm. So. Ja, jetzt können wir da ein bisschen skippen. Könnte ich mit ihm handeln oder bedrohen? Ich muss nur auf meine Finger schnappen und meine Männer schnappen dich schnappen. Ich bin der Badlands fucking Butcher. Schnapp weg. Ah, der Butcher, hm? Ich könnte sagen, dass er stirbt, in seinem Staat. Wo war das wieder? Hm. Südakotien. Und die Räume von meinem Gebet haben sehr viel zu verraten. Die Räume von deinem Gebet werden nicht, wenn du immer schnappst. Wow, jetzt, Butcher. Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe das nicht gedacht. Vielleicht können wir uns zu einigen. Ich gebe dir deine Füße. Und wenn ich ein Problem mit jemandem, du mir eine Hand. Das ist nicht ein schlechtes Problem, richtig? Ich kann damit arbeiten. Perfekt. Ich habe meine Sachen stashed auf die Blechers. Geh, was du möchtest. Leute, öffne die Tür für ihn. Ja. Geht doch. Ja. Das Ding nehmen wir raus. Da haben wir nochmal was zum Saugen. Wunderbar. Ja, ja. Da haben wir noch was zu fliegen. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist aber das Falsche. Aber hey, da gibt es nicht was. Zum Saugen. Wie immer. Ich müsste da hin. Das ist sicher hier, ne? Aber ich weiß doch nicht, wo der Krankenflügel ist. Was soll ich das denn wissen? Ah, ich gehe jetzt einfach mal hoch. Zum anderen Teil. Geht's da noch weiter, oder? Ja, anscheinend schon. Ich dachte, hier wären wir schon gewesen. Aber nein, sind wir nicht. Wie soll ich das letzte Batch? Ich habe alles auf dem Tafel in der Staflounge. Seth möchte uns alles geben, bevor wir morgen. Aber die Batch noch braucht ein paar Arbeit. Die Dose ist zu hoch. Jetzt nehmen nur eine, würde ich sechs Meter unternehmen. Ich muss die Dose machen. Ach so, da sind unsere Chance für eine Aufwärmung. Theoretisch würde ich jetzt so als den dort wegnehmen, aber dann bekommt sicher der ganz vorne was mit. Oder der da. So. Ja. Es ist irgendwie so wichtig. Ja. Okay. Okay. Now we're done. Just need to slip one of these to dear old Ross. Shit. Shit. Shut that shit. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.